und nach einer langen pause und viel stress bei vertiefungsarbeit in der schule und die ist endlich abgeben und all das heiße ich euch wieder mal herzlich willkommen zu einer folge overwatch und ihr seht es ist eine fröhliche weihnachtsstimmung wir haben eine loopbox und wir spielen mit 10 mails account wieso das ist weil ich fürs cheaten gebannt worden bin und ne spaß beiseite das ist natürlich nicht so das ist so weil 10 mails nun bei mir ist und wir uns nicht ein pc teilen können bzw teilen können wir aber ja zwei accounts auf einmal gleichzeitig spielen wird schwer deshalb machen wir heute eine special folge zuerst mal vorab wünsche ich allen meinen treuen fans die ich habe ne all den treuen viewern natürlich fröhliche weihnachten und frohe festtage und natürlich auch einen guten rutsch ins neue jahr dann ja heute machen wir eine special folge wir werden arcade spielen und zwar winter mystery und wir werden das so spielen dass wenn ein charakter kommt der ich besser spiele als semael werde ich spielen und wenn ein charakter kommt der semael besser spielt als ich wird er spielen und ja so werden wir uns an die letzte loopbox versuchen zu tasten und dann im anschluss werden wir auch gleich die boxen öffnen ihr habt gesehen wir haben eine das heißt wir werden zwei boxen öffnen können wir sind auch gerade in der energy phase das heißt es kann eigentlich losgehen und ja während der erste mit zeiten ja was machen wir da ja wie war durch die hero gallery wir haben da ein kindheitser kindheitszerstörer kindheitstrauma genau und das sollte ich eigentlich sagen ja wir haben ich habe lange keine folge mehr abgeloaden das liegt daran dass ich in der schule gerade an meinen abschlussarbeiten bin und die eine habe ich jetzt hinter mir gelassen die nächste kommt erst im februar dann im märz und im april und dann sollte ich ein wieder regelmäßiger von uploaden deshalb ja jetzt habe ich mit freizeit und wir machen da ja wieder folgen ihr seht blizzard war wieder an der arbeit an der estimate time zu arbeiten haben haben sie dann nicht geschafft das korrekt hinzubekommen all die zeit ich nicht am uploaden war und sie kriegen es wieder nicht in diese scheiß franzosen naja kommt schon los hatte es immer eigentlich noch sonst noch skins ich glaube kein ich weiß gar nicht ich weiß nur dass der buch und gerade wenn wir sehen wir hier mal schauen gehen so schon ist hier guckt euch er spielt solo dieser wichser und hat eine truppe gefunden die noch ziemlich gut ist wie er gesagt hat und er hat vorher zwei legendaries in einer lootbox gehabt dieser elende bastard an dieser stelle gruß an dich du scheiß pisser so falls ihr das video überhaupt sieht sonst zwinge ich ihn es anzuschauen so hanamura okay die fändler tobian wäre jetzt geil tobian wäre richtig geil wir haben mit tobian eine fünfer karte das finde ich gut das habe ich letztens mal nachgeschaut gab und wir spielen tobian eigentlich nur auf hanamura ich weiß nicht spielen wie sonst spielen wir den gar nicht doch auf vollskai industrie spielen wir dennoch ab und an ja mal schauen und wir sind tracerus ich denke ich mache gerade den start obwohl wir beide ziemlich gleich gut sind mit tracerus so 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 hä schau double kehr so 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 ho Ansatz dieser bastarde der weiß mir besser bescheiden oder mir doch hier so mal schauen ob uns da jemand finden wird sonst hören wir einfach nie mehr auf sehen wir ja da hat das ganze team gefällt da können wir nicht nur wie gefällt haben winston ja das ist mein kaliber und dann bleibe ich gleich mal hier das werden lange neun minuten defense es beginnt ja wieder super aber hier durch zu kommen wird schwer sein das kann ich garantieren so die sonne ist noch alt ist ein geiler spotten den 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 kanten gar nicht man kann mit ferra ja schön warte mal hier wie können wir nicht machen wobei ich hätte deine idee hätte deine idee die noch wartet man schon wir haben die fahrer eigentlich gut genervt ich Ich Komm mir direkt drauf Boah, wie der Scheißhafe Ja, dort haben wir ein Torbjörn Ich glaub, hier gehe ich mal weg Komm mal her Genau so genau Ah, ja, das waren ein paar Raketen zu viel Für den Nacken Und, wen haben wir jetzt? Wen haben wir jetzt? Oh, blablabla Alter Scheiße 2, 2, 2 Ah, Mann Du stirbst jetzt schön Du stirbst jetzt schön Ja Ja Der andere Hafe Aber, doch Macht nichts Und Und auch ein Weinhard So So Reini What the fuck? Naja Aber wir haben Ich glaub der Ja, der eine ist gestorben Der Reini Und Luzayo Ah, dann bleib ich gerade Ja Du hörst du das? Ah 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 Das ging Okay 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 Now gimme em all Party time Party time Ah 4 Minuten Ah Und da ist er gehackt Diese rinde bastard Und Ins Gesicht Oh Oh Dort bauen wir Wirklich Oh, ein Baston mit mir nicht liegen. Oh, komm jetzt, ich hab dich gedrückt. Ja, ich bin ein Bastion, ich bin ein Bastion. Das war ein guter Spiel. Das war ein guter Spiel. Von diesem Maelos. Propelos. Ich bin der Kugel. Oh, ich bin der Kugel. Oh mein Gott, oh mein Gott. ich bin los, oder? Ich bin los, oder? Ah, das war ein Tiederschütze. Oh, verdammt! Mist! Na ja. Na ja. Wobei ich nicht verstanden habe, wieso, wir waren ja eigentlich in der Mitte. Der hat uns hier nicht gekippt. Naja. Dem Heal, dem Heal, ich sag nur dem Heal. Im nächsten Spiel mal schauen, was kommen wird. War aber keine schlechte Runde. Für uns wenigstens. Ja, 15 zu 5. Das kann man noch steigern. Das werden wir noch steigern. Was ich gesagt. Der Energy Time ist auch schon vorbei. Und jetzt wieder die... Mal schauen. Es ist schon mal... Estimated Time... Unknown. Also kann auch sein, dass wir in dieser Folge kein Spiel mehr spielen werden. Ja. Hm. Uh. Ich hab' schon ausgewählt. Ja. Da, ne. Übernehme mich mal wieder. Wollen wir schauen, was ich anrichten kann. Ja. Ist ja verständlich, was drauf an den Affen am besten spielt. Ja. Der Affe spielt dem Affen... ...den Besten. Neh' mich zu. Alter. Wieso könnten wir ihn doch... Ich hab' das Gefühl, Deja Vu. Efficate das Gefühl, Deja Vu! Deine Mutter. Das war... Alter. Aber immerhin konnte... das habe ich so, das wollte ich so immerhin können die anderen jetzt kommen, beide ein bisschen Junkrat können wir beide gleich gut spielen wirklich? das heißt wo ist das? Höh! Ja War aber nice gemacht, war aber nice gemacht von ihm. Alter, ich wünschte wie ich hatte so Glück mit den Teams. Scheiße. Hallo, ich komme. Oh mein Gott. Ja, das ist gut. Oh, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Hey, 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 hey. Ich glaube, er hat da den Trend aufstellt. Hey. Da waren wir kurz davor. Ich glaube, ich gehe den besuchen mit meinem Ulti. Was hat es für ihn? Wer wirklich tot ist, weiß ich nicht. Was? Heißt? Naja, das war so ein... Zwei Dürbens? Zwei Bastons. Zwei Bastons. Zwei Bastalen. Das ist, ich glaube, mein Beef. Das wird wohl mein Beef sein. Zwei Bastons. Hey, 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 hey. Liebe Ferrer. Ich spiele dich so gern. Jedoch haben wir zwei Bastions, die uns in den Arsch schiften können. Zwei Bastions. Zwei Bastions. Hey, viva, viva. Hey, viva, viva. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh oh. Oh, 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 oh. Oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, 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 okay. So, payload is not, I'm scared you. ja schießt eure mutter immer mit raketen ab das kommt gut so kann jemand man ja 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 Das ist okay. Oh-oh. Anke, mercy. Und runter mit dir Geht mir. Geht mir. war aber nice yes das war ein cooler abschluss der folge ich gesagt und die lootboxen werden wir natürlich noch hoffen more fairer please yes und das ist ein riesen abschluss der folge naja, didn't even notice selber schuld und wir geben dem healer der hat gut geheilt finde ich war immer an uns dran sei es mit winston oder fair gewesen dann lieben wir hier mal und schauen was uns die winter lootboxen so bescheren und 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 yes yes fickt euch und die nächste lootbox yes aber kein doppelgäng geld hauptsache geben mir mehr geld also wäre es im richtigen leben so aber naja dann verabschiede ich mir und sage tschüss und bis zum nächsten mal bei einer folge overwatch so Untertitelung des ZDF für funk, 2017